Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf dem Frühling von Kalle den Ultramembe. Guck mal, Helgelein ist heute mal auf dem Yondai. Die will auch mal was machen. Ist aber ein bisschen blasser, ne? War schon lange nicht mehr so auf den Schlipper drauf. Da ziehst du direkt, ne? So ein bisschen blasser. Ja, und die muss sich auch mal im Sitz weiter nach vorne machen. Ja, wir shiften kennen sie noch, ne? Weckkänze von Roten. Helgelein wollte ja damals unbedingt mal ein Yondai haben, ne? Dann hab ich ihr den Wunsch hier erfüllt. Wie seht ihr? Helgelein ist ein Yondai-Fort. Uh-huh. Wären jetzt später Dinger schon wieder zu. Die Kamera da, die ist auch gut beziehungsweise. Oder geht's, oder geht's nicht. Oder geht's nicht. Das war jetzt du. Ich muss auch stecken. Dann stechen wir auch weg. Du gehst nicht, Schalke. Das ist besser, weh. Ich muss mal die Zimmer. Aber das ist so. In meinem Alter vergisst du auch schon mal ein paar Sachen, ne? Aber solange du nicht den Zettel mit der Adresse im Portemonnaie brauchst, ist ja noch alles in Ordnung, ne? Helgelein gibt Gäste, ne? Dann können wir die auch gleich eben umsetzen. Und wir widmen uns der nächsten Aufgabe. Ich hab nämlich hinter dem Treck schon die drinnen gemäht. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Soja. Das wär ja auch ganz gut. Ein bisschen Soja muss ja auch noch sein, ne? Ich hab bestimmt das Handy zuhause vergessen aufgenommen. Oder hat der Koller abgenommen? Weiß der auch nicht so genau. Schöner Schlepper, der Junge, ne? Das muss man sonst einfach sagen. Mach ich vielleicht. Heelich, heelich, heelich. Uh uh. Läuft. Guck mal, die Säge auch gleich durch hier. Machen wir die Drille ihm voll. Dann kann der nämlich auch die nächste Säge. Schickig voll. So wollten wir sagen, ne? Oder? Sicher. Perfektor. 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 Richtig? Richtig. Oh oh. Wie viel bin ich heute müde? Entschuldigung. Hast du mal so toll, ne? So. Wir müssen ja jetzt hier, äh, da hin, ne? Lattie da hin. Da. Und da. Ne, jetzt machen wir die 1. Wir müssen ihn brauchen, was sagt. Wir kaufen. Oh, ich hab den Gang nicht rausgelöst, ne? Und füllen wir den Moped eben auf. Och ne. Jetzt hat er wieder den Tick, ne? Ich kriege einen Nerven. Ja, das ist manchmal zum Mäusemelden, ne? Äh, machen wir hier eben. Da. Kussladen. Aktivieren. Erster Wegpunkt. Das ist manchmal jetzt nicht lästig, ne? Jetzt hat er hier schon wieder einen Rückwärtsgang drin. Jetzt machen wir mal den ersten Gang rein, dass wir hier auch wieder an den Schlüssel kommen. Der Abflug. Irgendwann ist der immer, ne? Ach, ne? Ich könnte manchmal kotzen mit Zippy hier. Was ist denn, wie denn dieses Shitkram hier? Jetzt geht das wieder, ey. Danke, das wär ja nicht nötig gewesen, dass das heute nochmal funktioniert, ey. So, ob die da auch so mal Lässe immer mit. Manchmal ist das nicht mehr schön. Das haben die nur bei Shifter, ne? Aber es ist nervig. Sagen wir, wie es ist. Es ist nervig. Und nicht, hat mir das keiner glaubt, ne? Ihr habt es ja jetzt selbst gesehen, ne? Das nervig ist. Eigentlich wollten wir die ganze Zeit schon Mais gedrillt haben, ne? Den müssen wir jetzt leider hier aufholen, ne? Bei der Rallye der Frühling. Ja, diesmal haben die den Kuhs hier. Auch ein bisschen komische Streckenführung ist nicht so schick gefallen, ne? Wichtig ist ja, im Scheitelpunkt der Kurve zu schalten. Die sind wohl die formuliert, ne? Ja, ist doch schwierig, ne? Immer im Scheitelpunkt der Kurve schalten, Sven. Dann haben die schon früher so gemerkt. Ist das überhaupt richtig? Weiß ich gar nicht. Weiß ich jetzt, weil die irgendeine Blödsinn... Kein Plan vom Nichts. Davon eine ganze Menge. Helge, guck mal eben durch! Guck mal eben durch, ob das noch alle so tüffig ist. Machst du eben, oder was? Sag mal! Ach, Helge, mit dir ist auch nix mehr los, ne? Die ist schon zu lange da an die Arbeit, weißt du? Klo putzen, ab und zu mal einen Schlepper polieren, ey. Werd ich einfach zu viel Arbeit für ihn. Ganz vergessen sie was. Kommt doch nicht mit Klo. Das ist nix für Helge. So. Hier hin, hier hin. Ach, kanns von mir aus so viel machen von vorne ist mir egal. Held 1. Kuss spüren, aktivieren, Mäus legen, ne? Und das Klo. Du gibst hier Schub. Der fängt da an. Der ist auch fertig. Kann auch zum Hof. Guck mal. Nix passiert mit den Schildern. Aber mit dem Baum fast, ne? Also dieser Schlepper ist gut wert, ne? Also ich mag das auch für Galgenwerk, ne? Da fahr ich ja ziemlich große Mobber jetzt, weil ich sie einfach brauche. Aber für die meisten Arbeiten, die so mit diesem gehen, ne? Da hab ich den auf 180 PS gepinnt. Die braucht fast kein Schrift. Und ist echt wirtschaftlich. Sagen wir, wie es ist. Also, oh, gibt nix über den Fiat. So, jetzt machen wir aber das, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Deswegen hatte ich das Video angemacht. Wir wollen drillen. Damit das auch mal ans Stüssel kommt, ne? Wir nehmen den wendigsten Schlepper. Das ist am besten, ne? Und dann können wir auch gut drehen. Richtig? Richtig. Aber erst machen wir jetzt ein Bild. Damit ich das nicht vergesse. Druck. Druck. Danke. Tipi-toppi, weh. Herrlich, herrlich, herrlich. Schauen wir mal die Kieche ums Dorf. Ist ja mir ganz gut. Von wegen Sicherheit in Sägen. Weißt ja nicht, was auf dem anderen Weg da los ist, ne? Nicht, dass er dann da so spät ans Ziel kommt. Deswegen ab und zu auch mal die Schleifwege fahren, ne? Ich salze. Außerdem kannst du auch mal hier los schauen, da los schauen. Sieht alles tipi-toppi aus. Dann fährst du hier in die Kurve. Guckst du noch mal hier hin. Guckst du noch mal da hin. Dann hast du gleich nur eine AKF gemacht, ne? Weil es sieht ja tipi-toppi aus, siehst du? Da, guck mal. Kriegt die gelbe Blätter, oder was? Nee, der Täusch von Licht, wer? Soja, hab ich eingestellt, ne? Guck mal hier, der hat aber auch schon wieder Bullshit gemerkt, ne? Ja, mit dem Händler, da müssen wir uns dann auch noch mal so ein bisschen unterhalten, ne? Kann's ja nicht sein, was der da gemacht hat, da. Haben wir hier nicht einen GPS-Kurs? Äh, ne, haben wir bestimmt nicht mehr drin, ne? Deswegen ist das das falsche Menü. Hm. Porto hier. Äh, erstmal hier. Haben wir da noch einen Kurs irgendwie? Ne. Automatische Bräute. Oh, Punkt setzen. Danke. W-Punkt. Ich schäum mir Säen. Ich brauche auch nicht großschäumen. Ich speichern das eben. Danke fürs Gespräch. Was so cool ist? Danke. Tippi-Toppi, hier hat mal was geklappt, du. Richtig Sturm. Ich hätte jetzt nicht mit gerechnet. Dann läuft nicht so, wie es laufen soll, ne? Aber das Gewicht ist da oben. Na, tut sich ein bisschen schwer, ne? Alles klar, es geht. Ich wollte ihn mal gucken. Hat er da hinten eigentlich wieder... Ne, hat er diesmal nicht. Gut. Tippi-Toppi. Tippi-Toppi. Oh, jetzt kommt er auch ein bisschen in Quark, ne? Irgendwas so... Oh, gehen, gehen, gehen. Oh, er zieht's, ne? Ohne Schmerzen. Oh, jetzt kommt er auch ein bisschen in Quark, ne? Wenn man die Leistung anstellt hat, dann geht das. Bis zum Umleben. Ohne Schmerzen. Ohne Schmerzen. Ohne Schmerzen. Oh, was? So. Schick oder? Wo ein Fieden-Ackergang zieht das nicht so gut, ne? Das macht sich ein bisschen nass. Aber das geht. Aber, liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs zu gucken, wir sehen, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nix mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!